Informatik. Täglich umgibt sie uns. Täglich begleitet sie uns. Sei es in einem Smartphone, in einem Auto oder in noch so selbstverständlichen Dingen. In fast allem steckt Informatik. Fast jede Person nutzt sie täglich. Doch nur die wenigsten interessieren sich dafür, was hinter all der Technik steckt. Bist du einer der wenigen, die wissen möchten, warum ein Computer so funktioniert, wie er funktioniert? Oder was für Daten durch Kabel und Netzwerke wandern, wenn du eine E-Mail verschickst? Möchtest du zu den Leuten gehören, die Innovationen erschaffen und die Welt der Technik verändern? Dann ist die Lehre als Informatiker der richtige Weg für dich. In diesem Film zeigen wir dir, was dich in der Lehre bei der Basler Kantonalbank alles erwartet. Zu Beginn der Lehre entscheidest du dich für eine der drei möglichen Fachrichtungen. Als Systemtechniker beschäftigst du dich mit dem Einrichten und Verwalten von Netzwerken, Servern und Computern bis hin zu Datenbanken und komplexen Virtualisierungslösungen. Auch das Erstellen von Webseiten, Skripten und Sicherheitskonzepten gehören zu deinem Aufgabenbereich. Deine Stärken sind das analytische Denken und deine Selbstständigkeit. Als Applikationsentwickler beschäftigst du dich mit dem Entwerfen, Erstellen und Testen von Programmen, du behebst Fehler auf Anwendungsebene und dokumentierst dein Vorgehen. Das logische Denken liegt dir am besten und ermöglicht dir das Erstellen von komplexen Softwarelösungen. Als Betriebsinformatiker bist du in beiden Fachrichtungen gleichermaßen beschäftigt und hast sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche. Dein Wissen erstreckt sich über ein breites Spektrum und das vernetzte Denken gehört zu deinen Stärken. Bei allen Fachrichtungen profitierst du von einer sehr vielseitigen und lehrreichen Ausbildung sowie vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Während den ersten acht Monaten der Lehre erlernst du das Basiswissen der Informatik bei der Grundausbildung in der Apprentas. Dies ermöglicht es dir, mit einem soliden Wissen direkt im Betrieb durchzustarten. Zum Lehrgang gehören etwa die Grundlagen der Elektronik. Hierbei lernst du verschiedene Bestandteile von Schaltkreisen kennen und lötest sogar eigene elektronische Geräte. In einem weiteren Teil der Ausbildung baust du einen Computer komplett zusammen, schaust die Funktion der einzelnen Komponenten an, installierst verschiedene Betriebssysteme und erstellst Dokumentationen. Zusätzlich erlernst du in der Apprentas die Grundlagen der Netzwerktechnik, Webentwicklung sowie Programmieren. Neben dem vielen Informatikwissen werden in der Apprentas soziale Kompetenzen gefördert. Teamarbeit wird innerhalb eines einwöchigen Lagers vermittelt und auch in der täglichen Ausbildung angewandt. Auch die Arbeit in einem Projekt gehört zur Basisausbildung. Die Ausbildner sind sehr kompetent und vermitteln dir ihr Wissen auf eine sehr praktisch orientierte Weise, was dich optimal auf die Arbeit im Betrieb vorbereitet. Nach der Basisausbildung beginnt dann dein Alltag bei der Basler Kantonalbank. Hier profitierst du von vielseitigen und abwechslungsreichen Ausbildungsthemen, die sich nach deiner schulischen Ausbildung richten. Die Vielzahl an Praxisausbildnern ermöglichen dir einen tiefen Einblick in die verschiedenen Facetten der Informatik. So bist du zum Beispiel während acht Wochen in einer Abteilung, wo du das Basiswissen über Linux-Betriebssysteme und die Webentwicklung erfährst. Du arbeitest mit den Teammitgliedern zusammen und wirst auch in Projekten eingesetzt. Dein Praxisausbildner steht dir dabei immer zur Verfügung, um dir neue Themen beizubringen, deine Talente zu fördern und Probleme gemeinsam mit dir anzugehen. Nach dieser Zeit wechselst du dann zum Beispiel in die Netzwerk- und Serverabteilung, wo du viele unterschiedliche Aufgaben hast. Unter anderem löst du Verbindungsprobleme, nimmst neue Server und Computer im Betrieb, führst Performance-Tests durch und verwaltest die Inventar- und Systemdatenbanken. Auch hier arbeitest du eng mit anderen Teammitgliedern zusammen, von deren Wissen du täglich profitieren kannst. So lernst du etwa die Grundlagen der IT-Sicherheit von kompetenten Sicherheitsspezialisten kennen und testest dein Wissen mit praktischen Aufgaben. Neuerlerntes dokumentierst du stets und erarbeitest dir so im Verlauf deiner Lehre deine eigene Sammlung an Informatikwissen, die du immer wieder verwenden kannst, um Themen neu aufzugreifen. Wie du siehst, wirst du durch die Lehre also stetig begleitet. Im Vordergrund steht ganz klar deine Ausbildung und die Förderung deiner Talente. Zusätzlich profitierst du von regelmäßigen Lehrlingsanlässen und sogar einem Lehrlingslager, in dem Teamarbeit außerhalb des Büros gefördert wird. Also, bist du technikbegeistert und hast die Motivation, im Zeitalter des Informationsaustauschs Fuß zu fassen? Dann ist die Lehre bei der Basler Kantonalbank der richtige Weg für dich. Wir freuen uns auf deinen Besuch!